Ein Bauleiter sollte sich für die Firma WSG entscheiden, wie wir die ideale Grösse haben zwischen Schlagkräftigkeit, familiär, aber auch grosse Projekte realisieren können. Wichtig wäre für mich an einem Bauleiter, dass er selbstständig ist, motiviert und auch wenn es mal nicht so rund läuft, dass er bis zum Schluss Vollgas gibt. Es ist wichtig, dass man im Team offen und ehrlich kommuniziert, Probleme und Themen, die man auf den Tisch bringt, zusammen lösen kann und so erfolgreich vorwärts gehen kann. Ich bin bei der WSG, weil es ein eigentümergeführter KMU ist mit flachen Dienstwerken. Wir sind schnell und effizient, genau das was draussen auf der Bastelle braucht. Ein Bauleiter muss eine gute Selbstorganisation haben und auf der Baustelle mit den Leuten gut umgehen können. In einer guten Baustelle steht immer ein guter Bauleiter. Von der Bauleitung zu der Geschäftsleitung, bei uns hat jeder schon mal eine TU-Baustelle realisiert. Das hilft bei schwierigen Themen sehr, das Verständnis ist immer da. Untertitelung des ZDF, 2020